Tatsächlich gehen die Ansteckungszahlen nach oben. Es könnte dazu führen, dass dann auch eben wieder mehr Menschen auch mit dem erkranken, worüber man ganz wenig weiß. Eigentlich Long Covid, darüber wollen wir jetzt reden. Und zwar unter anderem mit diesem Mann, den Sie als strahlenden Sieger kennen. Das hier sind die Bilder von Tokio. Bronze, der wichtigste Sieg für den Ringer Frank Stäbler. Ein dramatischer Kampf war das. Er gewinnt nicht nur die Medaille, sondern auch den Kampf gegen die Krankheit, gegen Long Covid und Corona. Dann beendet er mit diesem Sieg eine großartige Karriere und wusste gar nicht, ob er überhaupt reisen kann, nachdem er gesund wurde. Ich freue mich sehr, Frank Stäbler, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen. Ich bin hier zu sein. Hallo, guten Tag. Und weil wir uns natürlich vertiefen wollen, freue ich mich, dass Dr. Jördis Frommholt hier ist, die Long Covid-Expertin in Deutschland, würde ich jetzt mal sagen, mit am meisten Praxiserfahrung, Lungenfachärztin. Herzlich willkommen, Frau Mohl. Danke, ich freue mich. Da ist sie, die Medaille. Ich habe sie gerade gesehen. Das ist ja, ich meine, wahrscheinlich Ihr härtester Kampf gewesen. Kann das sein, der schwierigste überhaupt im Leben? Zu 100 Prozent. Es hat so viele Steine, wurden mir, ich sage immer, vom Olympiagott in den Weg geschmissen. Und da kam das Bonusjahr. Es wurde alles viel, viel länger als gedacht. Ich habe schon früh 2019 angekündigt, 2020 ist Schluss. Mein Körper kann nicht mehr und da hatte ich noch keine Corona-Erkrankung. Und dann kam nochmal Essie-Erkrankung und dann dieses Bonusjahr. Und es war ein langer, langer Weg. Und deswegen glänzt diese Bronze-Medaille für mich wirklich wie Gold. Und wenn Sie diese Bilder nochmal sehen, jetzt eben von Tokio, wie geht es Ihnen dabei? Ja, es ist wirklich immer eine Glückseligkeit, kann man wirklich fast sagen. Ich habe von diesem Moment so viele Jahre geträumt, auf dem absoluten Höhepunkt meines Lebens abtreten zu können. Dann diese Medaille in meiner Hand zu haben und dann wurde alles so spannend. Letzter Kampf meines Lebens in der letzten Sekunde mit einem Punkt zu führen, dann das über die Zeit gebracht zu haben. Und danach war einfach nur, wie wenn tausend Ketten von mir gesprengt worden sind und Freiheit auch irgendwie ein Stück. Interessantes Bild mit den tausend Ketten, weil ich meine, was dazwischen gekommen wäre, fast war ja eine Corona-Erkrankung. Erst einmal, Sie sind ein junger Mann, Sie sind topfit, Sie sind einer der besten Athleten und einer der besten Ringer dieser Welt, Europameister, Weltmeister. Als Corona überhaupt begann hier in Deutschland, also vor einem Jahr im März, haben Sie das Gefühl gehabt, dass es etwas, was mich betrifft? Auf keinen Fall. Am Anfang war es wirklich, es war nicht greifbar für mich. Ich hatte auch in meinem Umfeld direkt niemand, man hat nur viel gehört, vom Hörensagen dann, aber ich konnte es nicht greifen. Selbst als ich dann mich selbst angesteckt hatte. Wissen Sie überhaupt wie und wo? Immer noch, es bleibt mir bis heute ein Rätsel. Ich habe keine Ahnung, man hat immer aufgepasst und trotzdem ist es dann passiert. Und ich hatte auch nur leichte Symptome gehabt, war nicht wirklich schlimm wie eine Erkältung. Mal eine Woche bisschen Blatt, Geruchsverlust, Geschmacksverlust und bin dann in der zweiten Woche schon wieder in die Normalität zurückgekehrt, habe ich zumindest gedacht. Wir hatten dann einen Nationalmannschaftslehrgang und ich wollte wieder voll einsteigen, war hochmotiviert. Und unser Bundestrainer hat gesagt, nee, nee, bevor du auf die Matte gehst, unterziehst du dich erstmal in einer Leistungsdiagnostik und wirst durchgecheckt. Also Sie fühlten sich aber gut, also nachdem Sie genesen sind, fühlten Sie sich erstmal gut, fein. Ich habe mich richtig gut sogar gefühlt und habe gedacht, ich habe gar nichts. Habe bis dahin dann zwei Wochen auch langsam gemacht, nicht trainiert und habe mich dann diesem Leistungstest unterziehen müssen. War damals auf einem Laufband mit Maske und war auch in so einem Gurt und dann belastet man sich aus. Und weit weg von meinen Normalwerten auf dem Laufband habe ich dann plötzlich gemerkt, wie ich nicht mehr richtig atmen konnte und wie ich extrem eingeschnürt werde. Und dann habe ich den Arzt herbeigerufen und sagte, komm her, der Gurt schnitt mich an, mach diesen verdammten Gurt locker. Und er guckt runter und signalisiert mir, Herr Stäbler, schauen Sie mal. Und der Gurt hat einfach fünf Zentimeter Spielraum gehabt. Und in dem Moment wusste ich, oh, es kommt von innen, nicht von außen. Sie waren nicht eingeschnürt, Sie konnten einfach nicht atmen. Richtig. Kann man das beziffern? Also wie viel Leistungsfähigkeit haben Sie verloren? Ich habe das Ganze auch wissenschaftlich begleiten lassen und habe über 20 Prozent Leistungseinbruch von meinen normalen Werten ausgehabt. Und das war schon ein Schock, gerade keine neun Monate vor den Olympischen Spielen. Ich habe als Mitfavorit, als Goldhoffnung gegolten. Und wenn einem dann einer sagt, die Ärzte und die Wissenschaftler, 20 Prozent Leistungseinbruch, das war einfach ein Schlag ins Gesicht. Und da haben viele die Hoffnung in mich verloren, ich teilweise auch selbst an mich. Ich meine, die Diagnose, ich kannte das nicht, das nennt sich Belastungs-Asthma. Wie haben Sie denn reagiert, als Sie dann gehörten, das habe ich jetzt und ich habe 20 Prozent weniger. Das ist meine letzte Chance. Das ist ja die letzte Chance gewesen, die es im Olympischen Spiel ist. Das hatten Sie ja auch vorher gesagt. Ja, unsere betreuende Ärztin damals hat mir dann auch gesagt, ich bin Belastungs-Asthmatiker. So ist es dann auch gekommen, bei jeder Belastung, wo ich versucht habe, den Körper einigermaßen in die Bereiche zu führen, hatte ich sofort Atembeklemmung, konnte nicht mehr tief atmen, hatte ein Stechen in der Brust. Und dann hieß es, das kriege ich auch nur wieder in den Griff mit Asthma-Sprays, mit Cortison-Sprays. Damit kann man arbeiten, das ist erlaubt, das ist kein Doping. Und dann kriege ich es wieder hin. Aber das wollten Sie nicht, warum nicht? Aber ich wollte das nicht, weil ich habe mein Leben lang, wie soll ich sagen, ohne diese Medikamente gearbeitet. Und ich wollte es aus meiner eigenen Kraft schaffen. Und ich wollte nicht später die Olympische Medaille in der Hand haben und dann sagen, okay, ich habe es geschafft, aber nur, weil ich mich im Dreivierteljahr vollgepumpt habe mit Medikamenten. Das hätte für mich den kompletten Reiz und den Glanz verloren. Deswegen habe ich gesagt, ich muss es ohne schaffen. Und das Tolle ist, Sie haben so einen Atemtherapeuten gefunden. Wir haben mal geguckt, es gibt einen Film, der zeigt, was Sie da gemacht haben. Sehr beeindruckend tatsächlich. Atemtherapie eines Spitzensportlers. Und vielleicht, sagen Sie so ein bisschen, wie oft haben Sie das gemacht? Also, wo dann die Verzweiflung groß war. Ich saß dann, ich bin nach Hause gekommen von einem Arzttermin und dachte, okay, das war es mit dem Traum. Und ich habe mir damals geschworen, ich will alles in meiner Macht Stehende dafür tun, um diesen Traum zu leben. Und dann ist mir ein Gedanke gekommen. Ich habe vor drei Jahren Yassin Tsaiwasser kennengelernt, wo er mittlerweile ein sehr, sehr guter Freund ist und Atmungscoach. Und ich habe ihn dann angerufen und habe ihm die Situation geschildert. Und er hat mir sofort gesagt, Franky, wir bekommen das hin. Hab wieder Vertrauen. Aber wie lange hat es gedauert und wie oft haben Sie das gemacht? Ich habe am nächsten Morgen damit angefangen zu trainieren mit verschiedensten Atmungstechniken. Habe zwischen eineinhalb bis zwei Stunden am Tag dieses Atmungstraining dann wirklich auch durchgezogen zu meinem normalen Training, soweit es ging. Und habe dann wirklich zwei, zweieinhalb Monate gebraucht. Wow. Und habe dann aber geschafft, wieder zur alter Form zu kommen. Und ich würde sogar fast sagen, noch in einer besseren Topform, weil ich durch diese unsichtbare Kraft noch so viel Mehrwert bekommen habe. Also 100 Prozent Leistungsfähigkeit zurück nach diesen Übungen, nach dieser doch sehr harten Therapie. Absolut. Das ist auch, sage ich, wo ich die Hoffnung an viele Long-Covid-Erkrankte mitgeben kann, wo ich einfach sage, es ist möglich. Man muss das nur wissen, wie es geht. Ich kannte das auch nicht, dass es überhaupt einen Atmungstrainer gibt. Und man muss sich mit der Sache befassen. Man muss wieder auch zu sich selbst bekommen, ein Gefühl wieder für seinen Körper entwickeln. Und man kann auch mit einem Drittel von dem Aufwand, wo ich geschafft habe, Verbesserungen schaffen. Damit bin ich überzeugt. Ich habe den Kampf gegen Corona somit angegangen und konnte es verbessern. Und ich glaube extrem und zu 100 Prozent daran, dass das jeder schaffen kann. Man muss nur den richtigen Weg individuell für eins finden. Da kommt Frau Dr. Frommhold ins Spiel. Weil ich habe tatsächlich, also wir haben schon mal hier in der Sendung gesprochen, relativ am Anfang auch der Pandemie. Und da haben Sie schon eben auch über Atemtherapie geredet. Bevor wir darüber reden, ob das wirklich jeder kann, müssen Sie uns trotzdem mal helfen. Milde Symptome, ein junger, topfitter Sportler. Und dann kriegt er eben diese Beklemmung. Ist das typisch oder wie typisch ist das? Also die Patienten, die wir bei uns in der Klinik behandeln. Und wir haben mittlerweile seit Anfang April 2020 bis jetzt schon knapp 2000 Patienten behandelt. Diese Patienten sind im mittleren Alter von 20 bis 50 Jahren. Also tatsächlich wirklich eher die jungen Patienten. Und zum Teil eben auch Sportler, Marathonläufer, Feuerwehrmänner, Berufstaucher und so weiter. Also wirklich die gut Trainierten. Was auch auffällt, es ist eben nicht immer so, dass wir einen schweren Akutverlauf haben. Und danach ist es ja vermeintlich logisch, dass wir noch weitere Symptome haben. Sondern es ist tatsächlich relativ häufig, wie eben auch geschildert, dass wir nur moderate bis vielleicht auch nur milde Akutverläufe haben. Und dann eine Zeit dazwischen kommt, wo sich die Patienten auch eigentlich wieder ganz gut fühlen. Und dann kommen so Rebound-Symptome. Und da müssen wir jetzt aber sehr doll aufpassen. Diese Long-Covid-Symptome sind sehr unterschiedlich gelagert. Es gibt Patienten, wie eben beschrieben, die sehr, sehr viele Probleme mit der Atemtechnik haben. Das liegt nicht unbedingt nur an den Bronchien, an den Atemwegen, sondern tatsächlich auch an der Atemhilfsmuskulatur. Und was wir eben gesehen haben, ist diese Schnüffelatmung, die sozusagen das Zwerchfell trainiert. Das ist ein sehr probates Mittel. Von der Feueratmung wurde mir gesagt. Es sieht ganz anspringend aus, ehrlich gesagt. Und das Zwerchfell zu trainieren ist aber nicht ganz einfach. Aber es ist unser wichtigster Atemmuskel mit. Und da kommen eben ganz spezifische Therapien zum Einsatz. Und eben nicht nur eine, sondern es gibt auch Therapien zur Dehnung der Atemhilfsmuskulatur, die sehr verspannt ist. Was ich aber auch noch betonen möchte, es gibt eben auch viele Patienten, die zum Beispiel dieses viel genannte Fatigue-Syndrom haben. Diese bleiernde Müdigkeit, diese wirklich absolute Kraftlosigkeit. Und da muss man sehr aufpassen, dass diese Patienten eben sich nicht überfordern. Diese Patienten brauchen einen ganz anderen Therapieansatz, sind aber auch formal Long-Covid. Also das heißt, wenn die jetzt anfangen würden und sagen würden, jetzt anderthalb Stunden jeden Tag. Das würde nicht funktionieren. Also da müssen wir diese Patienten auch wirklich schützen. Und deswegen ist wichtig die Filterung. Nicht jeder Long-Covid ist gleich Long-Covid, sondern es gibt unterschiedliche. Dann wird es kompliziert, weil ich habe ja jetzt gelernt inzwischen, es gibt Long-Covid und Post-Covid. Also Sie haben, glaube ich, auch eben in einer Expertise nochmal diese drei Gruppen von Wiedergenesenen eingeteilt. Können Sie uns darüber bitte was sagen? Also es gibt ja auf der einen Seite die neue S1-Leitlinie, die unterteilt Post- und Long-Covid eben nach der Dauer der Symptome. Wir können aber auch im klinischen Alltag, hat uns das sehr viel geholfen, nach der Klinik einteilen. Und vielleicht hilft es einem in der Vorstellung, dass man sagt, okay, es gibt die drei verschiedenen Gruppen der Genesenen. Gruppe 1, sicherlich die größte Gruppe, haben ihre Infektionen erlitten, sind gesund, alles gut. Gruppe 2 sind die Patienten, die sehr, sehr schwere Akutverläufe hatten, lange Intensivstationen, wirklich schlimme Verläufe, dem Tod gerade so von der Klippe gesprungen sozusagen. Und diese Patienten haben sehr typische Post-Covid-Symptome, die sozusagen noch zu der schweren Akuterkrankung dazugehören. Und da ist eine falsche Atemtechnik ganz häufig, aber auch neurologische Symptome wie Sensibilitätsstörungen, Taubheitsgefühle, aber zum Beispiel auch Nahtoderfahrungen. Und dann gibt es die Gruppe 3, das sind dann die Long-Covid-Patienten, also Patienten, die vielleicht auch so ein bisschen diese Chronifizierung damit deutlich wird. Patienten, die milde, moderate Verläufe hatten und dann aber im Verlauf Fatigue, Symptomatik, häufig kognitive Einschränkungen, wirklich eine ausgeprägte Vergesslichkeit. Wenn viele Einflüsse von außen kommen, können diese Patienten diese Einflüsse nicht filtern. Also das ist sehr, sehr vielfältig im kognitiven Bereich und noch viele andere Symptome, die auch dazu zählen. Sie haben mir mal erklärt, dass sozusagen das mit dem Atmen auch bei denen, die einen schweren Verlauf hatten, dadurch kommt, dass man eben intubiert ist und dann wird man nicht mehr und dann muss man es im Prinzip wieder lernen. Ich verstehe gar nicht, warum beim milden Verlauf plötzlich etwas, und er hat es ja gar nicht mal gemerkt, sondern erst danach beim Belastungstest kommt das. Also wir sehen häufig, dass die Patienten den Schweregrad der Akuterkrankung selber nicht so schwer einschätzen. Also das ist häufig dieser Begriff der stillen Hypoxie. Also es gibt zum Beispiel Patienten, die haben Sauerstoffabfälle und jeder normale Mensch sonst würde dann schon Luftnot kriegen, wenn man nur noch eine Sauerstoffsättigung von 75 Prozent hat. Aber diese Covid-Patienten merken das manchmal gar nicht. Also es kann gut sein, dass Herr Stäble zum Beispiel das gar nicht gemerkt hat, dass die Lunge vielleicht doch mit betroffen war und dadurch natürlich sich dann auch eine Schonatmung angeeignet hat, die es dann jetzt wieder gilt, wegzuarbeiten. Und das sind diese stillen Hypoxien, diese stillen Entsättigungen. Und das sehen wir gar nicht so selten bei Covid-Patienten. Also es gibt Akutverläufe, es kommt eine Patientin und sagt, ich habe ein bisschen Luftnot und auf einmal ist die Sättigung nur noch bei 70 Prozent und die müssen dann sofort intubiert werden und haben das aber gar nicht gemerkt. So schlimm war es bei ihm nicht. Es kann aber trotzdem sein, dass die Atemhilfsmuskulatur einfach gefordert war. Ist er jetzt dann durch? Also ich meine, das ist ja auch eine Frage. Also ist man dann irgendwann mal dann komplett geheilt, weil Long-Covid, das klingt jetzt auch furchtbar, weil es klingt im Prinzip so, als ob ich das gar nicht mehr loswerden könnte. Wie gut sind die Heilungschancen von Long- und Post-Covid? Also gerade bei Verläufen, die jetzt sehr auf die Atemmuskulatur, auf die Atemtechnik, wo da das Hauptproblem ist, sehen wir, dass es wirklich gute rehabilitative Ansätze gibt, wenn das das Hauptproblem ist. Und das beschreibt Herr Stäpel ja auch. Man muss natürlich fairerweise sagen, Otto Normalverbraucher kann meistens auch nicht so viel Physiotherapie, Atemtherapie und so weiter machen. Einen eigenen Therapeuten, der mit ihnen trainiert. Das ist natürlich, aber für uns zeigt es einfach, hey, die Therapie hilft. Also wir können was tun. Auf der anderen Seite, also in dem Fall und auch gerade, wenn die Patienten sehr, sehr schwer erkrankt waren, haben wir trotzdem auch wirklich gute Ansatzmöglichkeiten. Wichtig ist nur, dass die Patienten diese Möglichkeiten auch bekommen. Und da haben wir mitunter in Deutschland zum Teil, was den ambulanten Sektor anbelangt, doch ein Versorgungsproblem. Die Long-Covid-Patienten, die vermehrt Probleme haben im Bereich Fatigue und kognitive Einschränkungen, bei denen sieht es nicht so rosig aus, muss man sagen. Das ist viel, viel schwieriger. Hat das was mit der Psyche zu tun eigentlich auch? Also es wird ja immer so ein bisschen die psychosomatische Schiene mit eingebracht. Es ist aber ganz klar, dass gerade Fatigue-Symptome und auch die kognitiven Einschränkungen als eigenständige Krankheit zu werten sind. Man kann sich vorstellen, wenn ich eine 23-Jährige habe, die ihrem Studium nicht mehr folgen kann, weil sie kognitiv einfach nicht in der Lage ist und sie keine Hilfe erfährt, sie keine Therapien bekommt, sie keine weitere Diagnostik erfährt, dass diese Patientin dann irgendwann Zukunftsängste und Depressionen entwickelt, das liegt glaube ich auf der Hand, ist aber denke ich eher ein somatisches Problem, was dann zu einem psychosomatischen wird. Sie sind ja auch ein Motivationscoach und Ihre Freunde sagen ein Mentalitätsmonster, weil sie einfach so wahnsinnig viel auch schon vorher im Kopf gemacht haben. Wie wichtig war das für Sie, dass Sie diese Eigenschaften schon vorher hatten als Spitzensportler? Elementar wichtig. Ohne diese Grundeinstellung, diese Basis wäre ich böse gescheitert, weil am Anfang muss man sich vorstellen, ich hatte diesen großen Traum. Das war für mich alles und dann wird einem das plötzlich genommen oder von vielen Experten gesagt, das ist nicht mehr möglich. Und das ist schon ein brutaler Schlag gewesen und das muss man mental erst mal verdauen. Deswegen für mich ein unfassbar wichtiger Baustein ist auch das Mentale bei der Geschichte. Und ich habe auch jeden Tag zu der Atmung, Atmungübergang zum Meditieren dann auch wieder visualisiert und mir immer wieder gesagt, es geht, ich werde gesund, ich bekomme wieder 100 Prozent meiner Fähigkeit zurück und ich werde es schaffen. Und das hat einen ganz wichtigen Punkt ausgemacht. Er wollte eine Medaille gewinnen, das ist ja nicht das Ziel der meisten Menschen, die Sie jetzt behandelt haben. Was hilft denn trotzdem, um zu sagen, vielleicht gibt es da trotzdem auf der, also muss man einfach auch die alle Teile des Menschen sehen, die Psyche, die Füße, die Therapie, das Atmen und all das. Da muss ich sagen, Gesundheit ist mehr wert als jegliche Medaille. Das sagt einer, der es gar nicht geglaubt hat, dass er es machen würde. Die Medaille ist wunderschön, aber die Gesundheit ist die Basis fürs Leben. Was wir sehen, dass Long-Covid einfach ein sehr interdisziplinäres Krankheitsbild ist und es ist eben nicht nur eine Fachrichtung, die da betroffen ist, sondern das ist eben ganz, ganz wichtig, dass die Medizin auch lernt. Es sind viele Fachrichtungen und deswegen sind wir im Moment auch dabei, eine Fachgruppe Long-Covid zu etablieren. Das ist einzigartig in Deutschland, wir arbeiten gerade daran, aber es ist, glaube ich, essentiell wichtig, um diese Patienten gut und umfänglich zu versorgen und vor allem auch die Versorgungsstrukturen im ambulanten Bereich zu sichern. Was unseren Patienten extrem hilft, dass sie sich untereinander austauschen können, dass sie Kontakt zu Betroffenen haben, natürlich, dass sie auch eine Motivation haben. Man darf aber nicht vergessen, gerade unsere Patienten, die von einer Fatigue-Symptomatik betroffen sind, die sind häufig sehr, sehr motiviert und da muss man eher aufpassen, dass sie sich eben nicht überfordern, weil dann haben wir ein ganz anderes Problem. Und deswegen ist es schwierig und muss für jeden Patienten individuell auch geschaut werden, welche Therapie wichtig ist. Man braucht ja Ärzte, die es gut diagnostizieren. Also wir haben noch viel vor und ich muss Sie trotzdem eines fragen, weil das ist die Woche, in der die Politik bestimmt hat, der Inzidenzwert 50 ist nicht mehr allentscheidend. Man sucht jetzt noch den Weg, es soll eine Rolle spielen, die Inzidenz zwar schon noch, aber eben auch die sogenannte Hospitalisierungsrate, also wie viele Menschen kommen ins Krankenhaus, die Intensivbettenbelegung. Also ein Mix eben aus diesen. Wie sehen Sie das als Ärztin? Sehen Sie das mit Sorge oder sagen Sie, ja, es wird Zeit, dass wir anders gucken drauf? Ich sage ja schon länger, wir müssen flexibel und anders gucken, auch schon am letzten Mal, als ich hier war. Ich finde es auf der einen Seite richtig, dass wir die Hospitalisierungsraten mit ins Auge nehmen und ich finde es auch richtig, dass wir über unsere Strukturen nachdenken. Aber Patienten wie Herr Stäble, Patienten wie unsere Long-Covid-Patienten waren niemals im Krankenhaus. Das heißt, die Inzidenzzahlen steigen. Ich habe jetzt vermehrt leichte, moderate Akutverläufe. Das heißt, das Risiko, dass ich Long-Covid-Symptome entwickle, die es gleich bleibt oder eben 10 Prozent der Bevölkerung oder der Infizierten haben, eben mit Long-Covid-Symptomen zu kämpfen. Und ich finde, wenn wir uns unterhalten über Locke oder um Anpassung der Inzidenzen, dann muss man diese Patientengruppe auch mit im Auge behalten. Und die fällt in jeglicher auch politischer Diskussion immer noch hinten über. Und das ist einfach ein Appell, wo ich auch denke, man kann natürlich sich an den Hospitalisierungsraten die mit ins Auge fassen. Aber die Long-Covid-Patienten fallen in diese Raten gar nicht mit rein und können uns durchaus ein ökonomisches und auch ein volkswirtschaftliches Problem machen. Und man darf ja nicht vergessen, das sind Patienten zwischen 20 und 50. Die stehen voll in der Arbeit, die haben Familie, die haben Häuser. Wir haben auch ein Problem, viele von diesen Patienten pflegen ihre Angehörigen. Das fällt durchaus weg. Wichtig, dass Sie das gesagt haben. Vielen Dank.